Ja hallo Leute, Interview in 666 Sekunden und hier habe ich mal den Lobbarmier geschnappt von der Band Pickhead, die wir gerade gesehen haben, hier am Café Klocksee in Hannover. Ja, es sieht ja bei dir so eine Entwicklung immer weiterhin zum härteren, ne? Ja, irgendwie hat sich das mittlerweile so ein bisschen verselbstständigt. Ich habe ja vor ein paar Jahren angefangen, erst mit Cripper und dann ging das dann halt weiter mit Critical Mass und jetzt hatte ich dann letztes Jahr ein Angebot bekommen von Pickhead, wo die dann nochmal fragten so, okay, wir brauchen jetzt gerade mal einen neuen Bassisten, wie sieht es aus, kannst du bei uns einsteigen? Und ich war von Pickhead sowieso von der zweiten Platte, von der Dead Body Reanimation ein unglaublicher Fan und dann auf einmal so ein Angebot zu kommen, kannst du bei uns spielen, war halt unfassbar geil, da bin ich halt erstmal eingestiegen. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, die Entwicklung sieht man, die beiden ersten Bands, Cripper und Critical Mass, Hannover Bands, Pickhead, ist ja doch eher so eine Wochenendbeziehung, oder? Irgendwie schon, weil der Schlagzeuger aus Neubrandenburg kommt, der Gitarrist kommt aus Karlsruhe und der Sänger aus Magdeburg und deswegen machen wir sehr viel remote. Wir versuchen uns so ein bisschen so, ja, über digitale Wege und schaffen es dann tatsächlich so, die Songs zu üben und auch neue Songs zu schreiben und das funktioniert sehr, sehr gut. Wie bereitet ihr euch vor auf so Shows? Das ist sehr unterschiedlich. Also wir versuchen einmal im Quartal zusammen zu proben, das klappt mehr oder weniger gut und wir haben so eine digitale, ja DAW, also digitale Audio Workstation, wo jeder seine Spuren einspielt und damit proben wir auch die ganze Zeit und dann wissen wir auch so, okay, so spielt derjenige das und das ist auch sauber eingespielt und so spielt er das dann auch live und damit können wir dann auch live sehr gut dann irgendwie auch funktionieren, weil es ist genau das Abbild statt einfach so eine Tabulatur über Guitarr Pro oder Tux-Guitarr. Das ist eher so eine richtig ehrliche Aufnahme und das fühlt sich halt auch besser nochmal an. Aber braucht auch viel Disziplin dafür, ne? Das auf jeden Fall. Also ich stehe beispielsweise morgens um 20 vor 5 auf, da knicke ich in meinem Bäcker, setze ich mich erstmal hin, ich setze eine Kanne Kaffee auf, trinke die, nicht komplett, sondern erstmal eine Tasse, meditiere so für 10-15 Minuten und dann spiele ich Bass, weil das ist genau das, was mir halt wichtig ist und dafür räume ich mir halt auch die Zeit ein und ich weiß, ich kann das nachmittags nach der Arbeit halt nicht dann irgendwie mich hinsetzen und dann nochmal Bass spielen, deswegen dann halt lieber morgens, weil das ist so die Zeit, wo ich gut funktioniere. Das ist ja auch ein anstrengender Job, ne? Also ich kenne dich ja, ab und an kommst ja bei uns im Krankenhaus vorbei, um da Geräte zu beproben, für den Gesundheitsamt, machst du auch noch ein Studium, ne? Naja, mit dem Studium bin ich schon tatsächlich durch. Ich habe Biologie studiert und bin jetzt mittlerweile auch in dem Bereich Trinkwasserhygiene gelandet. Aber ja, der Tag ist halt voll und da muss man halt versuchen, wie man, oder halt gucken, wie man das dann irgendwie gut auf die Reine kriegt. Das ist halt alles nicht ganz einfach. Zeitmanagement, das ist halt der wichtige Punkt dann da. Und das funktioniert halt für mich halt auch sehr, sehr gut. Das ist Rock'n'Roll, Leute. Das ist Rock'n'Roll heutzutage, ne? Ja, das wäre halt schön, dann irgendwie auch zu sagen, man lebt halt so ein bisschen laissez-faire, aber das funktioniert halt leider nicht. Aber dafür ist es halt schön, in dem Momenten auf der Bühne zu sein und einfach genau das zu machen, worauf man halt die ganze Zeit hinarbeitet. Und wenn man halt jeden Tag dann sich hinsetzt und dann die Songs übt und dann auf die Bühne kommt und die Fans Bock auf sowas haben, dafür lohnt es sich halt immer wieder. Das sind ja auch komplexe Stücke, haben wir ja eben gerade gesehen. Und seit Mai zwölf Stücke. Chapeau. Das ist schon, da hast du bestimmt lange geübt, jeden Tag. Auf jeden Fall, weil das sehr schnelle Songs sind und auch sehr, sehr technisch anspruchsvolle sind. Da habe ich halt ein bisschen gebraucht, um mich erstmal in die Art und Weise, wie Danny, unser Hauptsongwriter, überhaupt Songs schreibt. Das ist halt nicht so ganz einfach, weil er hat eine ganz verschobene Art und Weise, wie er dann da rangeht. Aber die Songs wachsen halt organisch. Und dadurch fühlt sich das beim Durchhören erstmal sehr, sehr einfach an. Aber wenn man anfängt, das zu spielen und dann da reinzugehen und die Seele des Songs zu erfassen, das ist eigentlich das Komplizierte dann da mal. Und dann auch seinen eigenen Stil dann auch mit reinzubringen. Das ist so das Schwierige dann dabei. Und dann langsam anfangen, so die Geschwindigkeit hochzuziehen. Das macht es interessant. Es ist auch nicht mehr Üben, sondern mehr Sport, was man heute macht. Also du fängst erstmal beim Einspielen langsam an, bis die Strukturen sitzen und dann fährst du die Geschwindigkeit hoch. Genau. Also ich fange erst so die Songs, die Danny geschrieben hat, so bei 50, 60 Prozent an, um erstmal zu verstehen, was hatte sie gedacht, so mit den Tonabfolgen, mit den Riffs, wie sehen die Songs insgesamt dann auch aus. Und dann setzt sich so langsam die Geschwindigkeit hoch. Dann setzt auch irgendwann das Muskelgedächtnis ein, sodass die Finger dann irgendwann von alleine anfangen zu funktionieren. Weil man erst so merkt, okay, 60 Prozent des Songs, also 60 Prozent der Geschwindigkeit, das ist halt kein Problem. Dann geht man irgendwann auf 70 Prozent, dann irgendwann auf 80 und dann merkt man auch so, okay, da kommen langsam die Probleme bei bestimmten Parts. Und wenn man dann irgendwann auf 90 oder 100 Prozent hochgeht und wir spielen auf Geschwindigkeiten, die sind so bei, weiß ich nicht, 260, 300 BPM. Unser Drummer Ruben spielt halt mit einer Heel-To-Technik, um dann überhaupt diese Geschwindigkeit bedienen zu können. Und das ist halt einfach nur noch krass. Ich habe noch nie in meinem Leben so schnell gespielt. Das hört sich nach Leistungssport an. Ja, es ist eigentlich nur noch Sport, was man dann da macht. Wie gesagt, das Muskelgedächtnis. Und wenn man sich dann auch überlegt, dass ja sehr viele Olympia oder Olympioniten, wie man die auch nennt, die sagen ja auch noch, die rufen ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch ab. Und das mache ich auch. Also wie gesagt, das ist heutzutage Rock'n'Roll bei Extrem Metal. Bei Extrem Metal auf jeden Fall. Ja, so, jetzt habe ich hier eure letzte Scheibe mir gerade gekauft. Eine sehr gute Wahl. 2016 ist ja nun schon eine Weile her. Aber ihr habt ja... Remote. Also das heißt, dass wir aus den einzelnen Punkten in Deutschland, wo wir halt leben, der Schlagzeuger wohnt halt in Neubrandenburg, ich in Hannover, der Sänger in Magdeburg und Danny, der Gitarrist in Karlsruhe, ist es so, dass wir uns digital treffen über Skype, Zoom, Discord und dann halt sagen so, okay, wir arbeiten jetzt halt an bestimmten Songs nochmal. Ich war jetzt beispielsweise Anfang August, war ich in Karlsruhe und da haben wir gesagt so, okay, wir wollen jetzt ganz speziell an einem Song arbeiten. Und da ist halt das Gute dann dabei, dass man sagt, man nimmt sich das vor und kann direkt die Erfahrung und das, was dann irgendwie auch in einem, ja, was einen Song mit jemandem dann auch macht, dann auch einfangen und sagen so, ist das jetzt das Richtige, ist das die falsche Figur oder ist das so, fühlt sich das jetzt gerade richtig an, was wir dann auch machen. Und auf den Geschwindigkeiten, mit denen wir unterwegs sind, kommt das sehr, sehr schnell. Und Disziplin ist vor allem das wichtige Wort bei dem, oder wie wir überhaupt Songwriting machen. Wo man dann vielleicht andere oder andere Bands, die dann irgendwie auch im Proberaum dann auch arbeiten und dann sagen so, ja, wir machen jetzt heute mal das oder heute mal das. Ist es halt da eher so, wir bereiten uns explizit vor und arbeiten direkt an den Songs, die wir uns dann auch vorgenommen haben. Und so entstehen halt Songs ganz anders. Also das ist so, ja, es ist ein komisches Gefühl. Es ist schwierig, das zu beschreiben, wie wir Songs schreiben. Also, aber nächstes Jahr können wir definitiv neues Material von euch erwarten. Das auf jeden Fall, ja. Wir arbeiten momentan sehr hart dran, dass jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr dann eine neue Platte von Pickhead auch rauskommt. Cool. Und dann mit dir mit dabei im Songwriting-Prozess. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank für das kurze Interview, was wir hier hatten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für eure Zeit. Und Marc sagt gerade, schreibt nach CD. Ja, ich halte sie mal hoch. Das ist das Album von 2016 und nächstes Jahr halten wir dann ein neuer. In die Kamera. Gut. Danke. Dankeschön. Vielen Dank.